Auf geht's! Hm? Nö, nix. So. Ah stimmt, gegen die kannst du ja nix machen. Da oben links. Das ist ein Lappen, ey. Ja, da oben steht ja doch noch. Hey du! Hättest ihn hier am Leben lassen können. Ja genau, komm du auf mich zu. Bam! Ich komm schon. Ja genau, lauft zu mir. Macht eure Deckung weg. Hey du! Nix da! So. Verdammt! Boah, Vogel! Jetzt geht's wieder los. Ich muss aufpassen. Da oben sind Bogenschutzen. Wow! Hallo! Oh oh! So. Okay. Ja toll. Versuch! Okay. Wieso auch immer der abgelassen hat. Weil du aufgeladen hast. So. Moment. Da links ist ein Piepmatz. Oh, da. Ich find's schon ein bisschen gemein. Schießen Piepmatz ab und du kriegst Leben. Da hat ein Herz auf dem Hintern. Da ist ein Bogenschütze. Ja. Och ja. Und da oben ist ein Bombentypi. Au. Oh mein Bein. Zog das so. Ähm. Umwerfende. Oh ja. Ah ja. Jetzt kommen wieder diese schnelleren Fuzzis. Ich dachte, wir sehen den anderen noch an. Und du stirbst. Und du stirbst. Weißt du warum ich gestorben bin? Hm. Weil du den mit dem Schild nach hinten gerufen hast und der mich geblockt hat. Okay. Das läuft immer so gut. Aber dann... Ja, das ist immer der Beste und danach sagt man erst mal und danach wird man erst wieder stärker. Weil du dich zu siegessicher hast. Puh. Nein, weil einfach mit solchen scheiß Moves kommen auf einmal. Hm. Moment. Putzlappen. Wow, ich hab einen getroffen. Ich hab den nicht aufgeladen. Hm. 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 Ja, täusch an. Mistkerl. So. Warte. So. Hier, guck mal. Hier. Schade. Zack. So, jetzt zu dir. Zu dir. Piepmats. Gewicht. Moment. Sp... Ey, du. Halt mal hier. Verdammt. Ähm. Problem. Spinnchen will mich. So. Bam, tot. Warte. Das Piepmatschen brauchen wir grad überhaupt nicht. Noch nicht. Bam, dein Schild ist put. So. Na, ich könnte gleich nochmal nach hinten schießen. Mach den Bogenschützen, ne? Erstmal. Danke. Danke. Hey, du. Ja. Moment. Sie sind nach hinten. Erledigt. So. Totenschädel. Kann man nur... Äh, toll. Ah, gut. Nix da. Das ist ein Full Life im Moment. Schade, hätte ein Herzton sein können. Zumindest beim letzten Mal, wo wir gespielt haben. Hätte? Ja? Keine Ahnung. Hätte vielleicht. Ich hab den ja nicht gewusst. So. Bisschen nach hinten fallen lassen. Ah, ihr Viecher schon wieder. Erledigt. So. Vielleicht kommen wieder so springe Viecher. Ach, verdammt, der Wind. Na, verdammt. Ja. Boah, shit, ey. Da oben ist der Vogel. Siehst du den? Ja. Ich komm mit an den ran. Guckst du dich wieder um die Kugeln? Ich versuch's. Boah, ihr habt die blöden Piepmätze da oben. Wieso wechselst du nicht? Verdammt. Ja. So. So. Ich will grad nicht zu viel riskieren. Deswegen. Wart kurz. So. So, Vogel. So, Vogel. So. 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 Oh, Tentee, hast du das Schild oben? Hatte. Oh, oh. War das ein Krügel? Du läufst voll mit deiner Birne dahin, wo du die Schienen schießen soll. Na komm, ich komme hier näher dran. Bam. Ab ihn, den Vogel. Die Schützen. Erledigt. So, klar. Ah, kein Problem. Geh doch hin! Danke. Oh, 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 wohin läufst du? Moment, hier kommen jetzt gleich wieder diese... Genau. So. Toll. Wow! Bam, doppelt. Piep mit! Ja, shit. Bitte. Nein. Du Drecksack. Hey, das ist mir so lächelnd. Hallo! So. Was war da? Totenkopf? Ja. 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 ieh, geil. Hm, doppeltreffer. Ja. Geil. Trifft zweimal die Vase nit. So, du hältst wie immer das Schwert, oben in den Wetter durchmarschieren. Darf ich nicht? So stimmt ja, ich lass dir das mal vorgehen. Yay, decken Schuss. Wann mal Secret gefunden? Secret unlocked. Fünf mehr, fünf Herz mehr. Yeah. Das ist ja cool. Wow. Hey du, nicht angreifen, ja. So, jetzt sind wir wieder hier bei dem Wind. Na, hier war Wind. Ja. Dann kommen noch wieder Springviecher. Einen hab ich erwischt davon. Ich bin grad ziemlich am Arsch. Ging noch. Na, jetzt kommen ja wieder diese dämischen Felsen. Die Vögel. Ah, shit. Verdammt, den dritten. Pass auf. Ich will gucken, wie ich das auch kann. Meine Fresse, ey. Ach, ey. Zack. So. Ne. Machen wir halt so nicht. Ich muss da erst um die Ecke. Erstmal den scheiß Piepen hat's. So. So. Gut. Jetzt kommt die Stelle wieder. Aber komm, ich weiß nicht. Ah, die... Da müssen die eigentlich immer so doof springen. Die scheiß Spinne. Keine Sorge, wenn die mich anspringt, dann konter ich die. Dann kümmere ich nicht um das andere Vieh. So. 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 So.